Es gibt im Leben zwei Dinge, auf die du dich fokussieren kannst. Es gibt die Dinge, die du nicht kontrollieren kannst. Und es gibt die Dinge, die unter deiner Kontrolle liegen. Und den Fehler, den die meisten Menschen machen, ist, sie fokussieren sich auf die falschen Dinge. Sie setzen ihre ganze Aufmerksamkeit auf das, was sie nicht kontrollieren können. Die Meinung anderer Menschen, die Ergebnisse, die sie in ihrer Arbeit erreichen, das, was in der Außenwelt passiert, wie andere Menschen sie wahrnehmen oder wie sie auf sie reagieren. Und das ist ein todsicherer Weg zu deinem persönlichen Unglück. Denn du kannst nichts daran ändern. Du kannst lernen, damit zu leben. Du kannst lernen, damit umzugehen, diese Dinge zu akzeptieren. Doch am Ende des Tages hast du nur eine einzige Macht. Und zwar, die Dinge zu ändern, die unter deiner Kontrolle sind. Das sind deine Urteile. Das sind deine Gedanken. Das sind deine Handlungen. Und diese Dinge sind am Ende des Tages wirklich die Quelle deines Glücks. Wenn du also anstrebst, ein gutes Leben zu führen, glücklich zu sein, erfolgreich zu sein, dann tust du gut daran, dich nur auf die Dinge zu fokussieren, die du wirklich ändern kannst, die du kontrollieren kannst. Sobald du anfängst, dich auf die Dinge zu fokussieren, welche nicht in deiner Macht liegen, welche du nicht kontrollieren kannst, wozu leider der Großteil der Welt gehört, dann gerätst du in eine Opferrolle, dann wirst du dich selber dafür fertig machen. Und am Ende des Tages wirst du unglücklich über etwas sein, was du gar nicht ändern kannst. Egal in welcher Situation, frage dich immer, was kann ich kontrollieren und was ist außerhalb meiner Kontrolle? Und dann fokussiere dich nur auf das, was du ändern kannst.